Topfgucker TV empfiehlt. Herzlich willkommen bei uns in Palü. Ein fröhliches Grüezi und ein richtiges Moin Moin aus Hamburg. Wir sind ein Schweizer Restaurant, was allerdings alpin, mediterran geführt ist, so wie auch unsere Familie. Ich bin ja waschechte Hamburger Dern und minimal Schweizer, echter St. Moritz. Und er ist gelernter Schweizer Patissier und Koch und backt unter anderem diese köstlichen, echten Engadiner Nusstorten, die speziell aus dem Engadin, wo er herkommt und die es auch nur dort zu kaufen gibt, beziehungsweise jetzt auch in Hamburg, im Palü. Unser Restaurant umfasst 70 Sitzplätze innen und draußen auf der Terrasse haben wir auch nochmal 30 Sitzplätze. Herzlich willkommen zu allen möglichen Events. Wir machen es garantiert möglich. Und jetzt gucken wir mal, was mein Mann in der Küche macht. Grüezi! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de www.topfgucker-tv.de Und Winter Am 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 Am